Das ist der Vorlin und ich bin der Herbert und das ist der Manuel und dann ist der Ernst. Mein Großvater, mein Vater, mein Bruder und ihr Sohn, 15 Generationen. Sie kamen vor den Stadt, die der Oberlin und die kamen um den Varen an. Die kamen und kamen auf der Varen und sie kamen und kamen. Unsere Engelkindere sind die gläder in den Zür, von den eigenen Zweigern sie gerne in den Zürbe und ihre Kinder nicht verstehen. We always say, and I guess we over here have more of a saying on that, that life is one big cycle. I'd give anything if today I could hear our parents get together talking to Trump. When my generation is gone, I think that's the end. That's the way it goes. That's the way it goes.